Herzlich Willkommen für eine weitere Folge Seem Days to be Wir sind jetzt gerade aus dem Haus raus Ich bin hier noch nicht fertig Das riesige Wildschwein da unten ist eine Katastrophe Das kriege ich glaube ich nicht mehr erledigt Das ist irgendeine Mutation, keine Ahnung Wir haben ein paar Sachen gefunden, die gebrauchen können Also hier Pistole Level 4 Ein bisschen Mutation Wir schleichen jetzt zu unserem Haus zurück Weil wir total überladen sind Aber wir müssen nochmal zurück kommen Weil wir im Prinzip noch etliches mitnehmen können Wir haben noch nicht gelöffelt Also wir klauen noch ein bisschen Da müssen wir noch einiges zu tun So ein großes Tier haben wir noch nicht gesehen hier Wildschwein ja Aber das war ja zumindest ein paar Mal so groß Das ist unser Allee hier Schönes Haus Schönes Haus Lass einen Baum stehen du Gut Du lässt mich jetzt in Ruhe, ne Das packt aus Mutation ein Hier Dinger dienst für mich zum Schutz Das ich nicht in meine Spike-Seilen laufe über die Dinger heißen hier Die Tür habe ich zugemacht, hier so viele Türen ist nicht gut Mal schauen, ob wir gleich einschmelzen können Feuerbrennt noch Aus dem Haus, so, was haben wir hier schönes Munition brauchen wir Kleber Mal essen bei Messbecher Ich habe ein Messbecher Draht gleich hat ein neues Jagdgewehr Leere Döschen Tee Holz Baumwolle Blei schmelzen nur ein Blei werden wir auch einschmelzen das waren wir nachts ganz in so eine Spritzen da geht man das kurzzeitig da, das war für Nummer 3 da können wir die da oben wieder Besuch da oben ich weiß nicht genau wo Dinger sind da sind irgendwie im Wurz schauen wir mal Honig Kleber Spiritus Leere Krügel noch ein Topf Hammer Kunststoff tanken ja ganz kurz gucken wir da oben da ist sie mal den Besuch empfangen ne genau auf dem Läufe da gerät schon umsonst hey hier hier will ich na und da zum Kenner da gibt's da auf alles willkommen xp leider kostet Munition aber die Brüder lassen ja noch nicht Ruhe die machen ja mal ein gutes Haus kaputt das war nicht perfekt aber wir haben nachts bisschen Ruhe und wenn der Blutmond kommt mit mir ein zweiter oh da muss ich mal irgendwas machen irgendwas muss ich da machen dass ich mir sicher bin am besten ich gehe zum Händler jetzt haue ich hier nochmal rein in der Not Fakkel Entschuldigung auch Nägel Silbernackels ja das ist gut wenn man das auch gut daran konnte sein soll auch Mütze ich soll gerne mal hin zum Haus ne hat man da riesenvieh macht hier an meiner Matratze ist deswegen wichtig wenn ich mal sterbe dass ich nicht irgendwo wieder auftauche sondern hier von meiner Hütte oder in meiner Hütte muss man sich eigentlich mit ob in Reserve da lassen Munition oder so dass man sich dann Fall des Falles ausrufen kann und dann sich die Sachen wiederholen kann die besten dann natürlich weil sie hat ja im Haus das interessiert mich doch noch das war ja eigentlich schon schön freigeräumt im Keller das riesengüllschwein naja mal sehen was dazu bringt ob das überhaupt gut ist ne aber ich kann noch ein bisschen plündern das ist auf jeden Fall amtlich ich meine das ist ja so perfekter Käfig zu verstecken ne ja da muss nur Tür zu kriegen da wäre es nie drin sicher so hier war noch ein Wildschwein einmal ein Zwinger das wäre nicht so tragisch boah gut für die Pickehahn gibt schon Schrott also Eisenbahn was muss da auch ne ne Dose so wie Schwein erledigen das heißt erstmal Waffe zücken die Position ist ja noch nicht gut aber da sieht mich nicht rund beziehungsweise so ein Schwein ist auch nicht ganz sauber leider habe ich kein Messer aber die können wir ja lassen für später ne ne Böse Geschichte. Wo kommt der denn jetzt hier? Ich wollte sagen, das ist doch irgendwo so was gehört. So, da muss ich noch kochen lernen. Da muss ich hoch. Das wäre ganz gut, wenn ich ein bisschen was hätte, was mir mein Energiewert geben würde. Ein bisschen Fett essen. Bringt nicht viel, kleine Punkte. Und Wasser. Also Lebensenergie ist nicht gut. Deswegen, wenn ich hier... Oh, das sieht richtig gut aus hier. Ich muss hier mal schauen, ob alles sauber ist hier. Oh, hier ist gehörlich. Kann ich nicht gebrauchen, die Wildschweine. Oh, hab ich mich erschrocken. Oh, hab ich mich erschrocken. Kann man da mal herstellen? Bestimmt hier. Ein Chemiestation. Ah. Was man das findet? Oh. Oh. Ah, Munition. Oh. Dosen. Oh, wird hier raus. Die haben sie böse Experimente gemacht. Ich weiß gar nicht, das kann ich mich beschreiben. Auch ein bisschen Munition wäre schlecht. Schmutziges Wasser kann man gebrauchen. Um irgendwas machen wollen. So, hier haben wir noch nichts zu versteckt. Hauptmixerservice. Meine Achsen wollte ich reparieren. Aber so eine Kitz kann ich nur herstellen. Ich habe jetzt Eisenbahn und Kleewand. Ne, zwei Mal genug. Und dann kann man das herstellen. Dann kann man es reparieren. Ja, wer geht es hier jetzt raus? Oder ist noch ein geheimer Gang? Hier geht es ja irgendwo hin. Dann geht's. Dann geht's hier hin. Wenn ich jetzt ein Hauserbeirat sein will, Ich schau, meine Meinung nach. Ich schau, meine Meinung nach. Du bist dann. Dachboden. Oh noch ein Käfig. Zwei Schweine. Verdammerschön zu. Kommen wir bei Gelegenheit mal. Kommen wir nicht hoch. Keine Bretter? Keine Bretter? Keine Bretter? Dann nehmen wir uns mal herführen. Hopp. Jetzt noch alles haben wir hier noch haben. Oh nein. Super. Federn. Wir machen das hier. Wir machen das hier. Ich wollte hoch. Da um das Licht. Wir machen das Licht. Das muss ich aber wenigstens lohnen. Da oben kann man die Schweine gut erkennen. Na ja, gut. Acht Schuss immerhin war es. Na, da geht man nicht rein. Sieht mir so gemein. Entschuldigung. Aber die dicke Sau im Keller interessiert mich. Aber da habe ich Angst. Gib mir gar nicht zu. Hier können wir noch einiges holen. Oh, solche Geräusche. Vor allem. Zement. Zement können wir hier viel holen. Viel Zement. So, wir sind auf dem Level. Deshalb stehende Sau. Ich fühle mich hier nicht sicher. Normalerweise sammle ich die auch. Aber in dem Fall nicht. Ich fühle mich hier nicht sicher. Ich fühle mich hier nicht sicher. Oh, ein Grill. Zu beißen. Oh. Gute Geräusche. Da kann man gleich durch. Knochen ist gut in Klebe. und daher macht das sind wir kommen neu durch oder seiten noch nicht hier kommen wir später, wenn wir das Fleisch brauchen so die Show, das soll es für die heutige Folge gewesen sein ich danke fürs Zuschauen das natürlich reizt mir auch hier, aber die Sau ist nicht mehr so groß dann muss ich große Hunger haben so, ich gehe jetzt mal zurück, sobald wir uns ausgeleert haben oder wir machen noch ein bisschen aber ich habe nicht viel Platz, ich kann nicht viel unterbringen je mehr man aufnimmt, umso so, naja oh, Eisen da nehmen wir noch mit, ne? da habe ich noch eine Miene auf dem Hof dann müssen wir unser Leben wieder auffrischen Gesundheit dass wir da jetzt wieder ein bisschen Polster haben Richtung, ne? wenn Fall ist, Fall ist aus 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 Ja, ich lerne ab nicht. So, jetzt mal auspacken, und dann, so, Knochen haben wir da, Fleisch, da kommen wir in den Waren rein. Da haben wir jetzt alles, verdrohtes Fleisch, Essen kommt da nicht rein, Steine auch nicht, Holz auch nicht, kribbes Wasser, Knochen, da können wir Kleber machen gleich. Leere Krügel, die Dosen haben mir noch gefehlt. Ich dachte, es gibt mehr XP, das Wildbrett, das würde ich gerne nutzen, das kann ich auch einlegen. Lassen, das ist eh schon da, Dosen kommt beim Essen rein, beim Kochen, Stoff 14 brauchen wir dann erstmal nichts, denke ich mal. Da steine Federn, 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 aber schon woanders, dort schmelzen wir ein, ich glaube auch woanders, Fett, da können wir ein paar Fackeln herstellen, zum Beispiel, so, so einen Grill haben wir schon öfters. Das haben wir auch nicht gelernt. So, ja, der Kron, das Fett, das haben wir auch nicht gelernt. So, aber wir werden das hier mit dem Ding feststellen. Kleber. Lassen wir unsere Holz reinhauen und kochen. Das brauchen wir nämlich ein Massenzeug, das schwöre jetzt nur mit meiner Ruhe immer nachts ein. oder leder leder jungs leder ein bisschen energie auftanken so das soll es heute gewesen sein ich danke fürs reinschauen abonnieren oder leiten versuch mal kostet ja nix wir haben so dann sei mach ich so den winkel hat aber wieder rein